willkommen bei bauabschnitt fünf und ja hier bin ich gespannt wir widmen uns nun dem hinteren bereich wie es aussieht hier diese antriebssektion mit diesen röhren wird dann hier auch gestaltet ich bin echt gespannt da habe ich gesehen dass dort einige probleme gibt dass die nicht so voll passen werden aber das kann man alles fixen und hier ein kleiner überblick das sind alle teile die verbaut werden bei bauabschnitt fünf ich freue mich drauf los geht es so erst ein teil wird vermisst hiervon von diesem aufsatz bräuchte ich eigentlich zwei stück hier kann man sehen einmal hier einmal hier und einmal hier ist frei ich finde das teil nicht ich bin mir echt nicht sicher ob es wirklich fehlt oder ob ich einfach nur gerade so blöde bin es zu finden ich habe hier ein paar mal alles durchgeschaut scheint wirklich nicht dabei zu sein vielleicht steckt es sonst wo bei dieser riesen anzahl von teilen ist das schwer zu sagen auf jeden fall aktuell halten wir mal fest da fehlt mal wieder was na da leckt mich doch fett da fehlen immer mehr teile was sollten der käse also wir haben noch mal fehlende teile und zwar zwei von denen hier die nachher hier drauf montiert werden das hier wird schon teil von der oberen abkleidung glaube ich und das ist ja hier werden die teile verbaut da wird also dieses element hier noch aufgesteckt deswegen ist das echt scheiße dass das fehlt denn da kann ich jetzt das teil hier gar nicht richtig befestigen muss ich mal schauen ob ich das irgendwie improvisieren kann ich habe auch in der ersatzteil kiste nichts gefunden und mir fehlt noch zusätzlich eine einmal zweier fließe von diesem rot hier und ja hier ist nichts mehr drin ich habe wirklich alles durchsucht und habe dann die ersatzteil kiste bemüht ist zwar die falsche farbe aber naja ich sag mal so besser als gar nix und der falke darf ja ruhig ein bisschen durcheinander aussehen aber so langsam reicht sich mit den falschen oder fehlenden teilen mann 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 leppin vielleicht taucht ja noch alles wieder auf und ich muss mich entschuldigen aber soweit wird es mir langsam etwas viel also das ist echt nicht mehr cool was hier abläuft hier fehlen so viele teile schaut mal die drei hier die habe ich hier aus meiner aus meiner ersatzteil sammlung eben mal raus gekramt denn die fehlen auch hier sieht man was dabei sein soll ich habe nur noch einen von diesen einmal zwei an gefunden und diese dreieckigen war gar nichts mehr zu finden also habe ich dann hier noch mal zwei stück raus gekramt und kann dann damit hoffentlich weiter bauen also entweder taucht hier noch eine tüte auf die ich falsch sortiert habe oder da hat jemand bei leppin in der fabrik richtig scheiße gebaut und eine ganze menge teile vergessen eins von beidem ich weiß gar nicht was mir lieber wäre naja okay wir versuchen einfach mal weiter unser glück ich hoffe dass ich hier alles einigermaßen noch zusammen bekomme mann 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 also dieser bauabschnitt hier der war jetzt wirklich nicht besonders toll ich habe hier die beiden teile die kann ich nirgends befestigen weil einmal fehlt hier dieses element was hier über diesen zapfen drüber gesteckt wird das habe ich einfach mal durch so eine kleine fliese ersetzt oder so ein einer stein aber naja bringt mir eben nichts und hier habe ich zwar alles aber ich kann es nirgends draufstecken da auch hier diese elemente natürlich gefehlt haben das ist schon irgendwie echt bescheiden oder also bisher lief wirklich alles recht gut aber das darf finde ich jetzt wirklich kacke wenn ich ehrlich bin das einzigste was mich hier jetzt tröstet ist das kommt hier auf die unterseite hier kann man 10 das ganze wird umgedreht und wird dann hier unten dran befestigt von daher sieht man es nicht wirklich wenn man jetzt nicht unten drunter schaut später aber dennoch ärgerlich echt ärgerlich der abschnitt steht jetzt kurz vor dem ende es fehlen nur noch hinten die röhren und die abdeckungen aber bevor ich die jetzt befestige machen wir mal so ein kleines zwischen fazit das hier sind die teile die bisher übrig geblieben sind und dafür haben auch eine menge teile gefehlt jawohl zum beispiel schaut mal her hier an der seite hier sehen wir dieses teil und hier fehlt das was da rein geschnappt wird und das ist hier so was kleines auf der anderen seite konnte ich das beides verbauen aber hier hat mal wieder ein teil gefehlt genauso wie hier unten drunter das eine teil gefehlt hat beziehungsweise ich kann die beiden teile hier ja hier unten drunter gar nicht verbauen aufgrund der fehlenden teile diese zwei halterungen wo die hier rein gesteckt werden und ja ich kann nur sagen das zieht sich einmal hier quer durch den ganzen bau bei diesem abschnitt also wirklich wenn man es mal übertrieben ausdrückt das hier sind katastrophen abschnitt sehr sehr viele fehlteile hier habe ich noch einen kleinen lasst mich kurz schauen hier kann man sehen dass hier ist so ein einmal zweier mit einem haken und einem stadt und der hat eben auch noch mal gefehlt da habe ich aus der kramkiste dann so einen einmal einser mit haken geholt und einen einmal einser stein und habt ihr den drauf gesetzt war jetzt keine große sache hier sieht man noch wie das normalerweise aussehen soll da wo auf der anderen seite das fehlt also dieses element hier diesen arm und dann noch das teil da rein geklippt tja aber ansonsten ich muss mal einen schritt zurück gehen kann man jetzt schon sehen wie groß das gerät wird wir haben also hier diese seitenteile gebaut die hier verbunden wurden mit den technikelementen und dann haben wir hier einmal hinges dran also gelenke und hier einmal gelenke und da noch mal gelenke also hat man erst dieses teil hier gebaut hat dann leicht herum gebogen einmal hier 90 grad biegung und hier rein geklippt und somit haben wir hier diese seitliche rundung hinbekommen und genau das gleiche haben wir auch auf der seite hier und hier das untere element wo dann nachher auch die die antriebsröhren dran kommen und die röhren das kann man hier schön sehen wie die befestigt werden und zwar werden die einfach hier drüber gesteckt über diese kleinen achs stecker und einmal über diese achs stecker hier und dann geht das einmal hier rum und von hier auch einmal darum und das in dreier reihe ich bin mal gespannt ich werde die antriebsröhren hier ja beleuchten aber das mache ich glaube ich hinterher ich baue erstmal ganz normal und dann schauen wir mal ob die jetzt hier auch gut drauf passen ich wage es ja fast zu bezweifeln pleitenpech und pannenabschnitt fünf naja schauen wir mal und da wäre es geschafft der nächste bauabschnitt ist die nummer 6 und da wird hier die frontpartie gebaut da freue ich mich schon total drauf aber wir werfen jetzt noch mal einen blick auf unser gesamt ergebnis und ja vor allem hinten auf die antriebseinheit und ja dass er mir doch mal ganz ehrlich das sieht scheiße aus wenn ich ganz ehrlich bin also ich habe es nicht anders erwartet wenn ich ganz ehrlich bin ich mache man hier eben die verkleidung noch mal ab dann kann man es besser sehen die wird hier nur so eingeklippt das ist völlig in ordnung aber die schläuche hier ich habe es bei anderen schon gesehen ist gebaut haben von daher keine überraschung ja die passen nicht richtig die sind zu langen die muss man noch zusammenkürzen damit ihr auch ordentlich hier sitzen und vielleicht auch noch ein bisschen zusammenkleben dass das eine ordentliche fläche dann wird aber ich werde es für den moment so lassen denn wie gesagt später will ich ja hier diese sektion und diese sektion auch noch beleuchten und dann werde ich auch diese modifikation vornehmen aber so wie es hier geliefert wird sieht das ganze wirklich äußerst bescheiden aus und so würde ich es auf keinen fall lassen schaut man hier den kann man gar nicht hier richtig runter bringen das sieht auch also das wirklich 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 nicht schön ansonsten finde ich aber ist der falke schon sehr schön geworden auch wenn bauabstatt 5 hier als sehr schwierig zu bezeichnen ist mit vielen vielen fehlteilen viele kleine fehlteile vielleicht tauchen sie noch auf vielleicht nicht mehr keine ahnung wer weiß das schon allerdings bin ich immer noch zufrieden mit dem ganzen set und freue mich darauf weiter zu bauen also packen wir noch mal hier die abdeckung drauf denn wir werden es ja erst einmal so lassen und vor allem kann man jetzt schon sehen dass das ein riesen teil wird jetzt wo die rundungen hier rankommen wirkt das ganze viel viel voluminöser und ja der wird echt riesig groß ich freue mich drauf jetzt geht es an bauabstatt 6 und auf den freue ich mich so richtig denn da bekommt der falke seine komplette größe verpasst denn wir bauen so sieht er ja momentan aus den ganzen vorderen bereich mit den beiden hörnern und ja da freue ich mich echt drauf denn dann sehen wir endgültig wie riesengroß das gerät hier wird und wenn man sich das mal so anschaut ja das wird ein haufen technik gebaue da bauen wir wieder so ein richtiges technik gerüst auf und ein bisschen verzierung hier schon an den seiten also ich bin gespannt so sieht das material aus dass wir für den bauabschnitt zur verfügung haben werden und dann würde ich sagen legen wir direkt mal los aber ah ne ein moment eine sache wollte ich euch noch zeigen die beiden die habe ich ganz vergessen im bauabstatt 5 waren ja noch die beiden minifiguren dabei han solo und prinzessin leia oder werfen wir mal einen blick drauf ich finde die sehen eigentlich ganz ordentlich aus han hat eine schöne frisur er sieht sehr frisch und jugendlich aus auf jeden fall das hier ist ein junger han solo und eine junge prinzessin leia gefallen mir eigentlich ganz gute figuren wenn ich mal rumdrehe seht ihr dass leia auch ja so einen gebundenen zopf um den kopf herum hat han hat eine lockere frisur und sie haben auch den print auf der rückseite alles gut soweit haben mit so einem standard blaster und sie haben wechselgesichter bei leia kann ich euch nicht mehr zeigen denn das problem ist ja immer hier bei diesen leppin figuren wenn man da die frisur abzieht hat man direkt den ganzen kopf in der hand ja ist bei lego einfacher aber bei han da habe ich die haare nun mal ganz ganz locker drauf gesetzt so kann ich euch zeigen wie das wechselgesicht aussieht das ist dann mit so einer atemmaske das war als sie mal draußen waren und haben diese fischer vom falken entfernt da hatten sie ja diese atemmasken auf gehabt so also wer da so ein wechselgesicht ab und zu mal einstellen will die frisur bitte nur ganz ganz leicht aufsetzen einmal festdrücken und das war's so hallo leer abgehakt jetzt geht's an den bauch also das hörnchen wird ja noch länger als ich dachte ich dachte mir bevor ich es hier an baue schauen wir noch mal kurz drüber wie das teil genau aussieht wir haben also hier das für die rechte seite so rum wird es dann befestigt und schaut euch mal die verkleidung hier an da haben wir wirklich ganz ganz viele kleine details die da verbaut sind damit es einfach sehr technisch und ja so ein bisschen abgefragt aussieht würde ich mal sagen also da wurde alles mögliche verbaut natürlich auch wieder die guten alten telefonhörer ein paar fließen hier so eine so ein geriffeltes teil wo normalerweise zahnräder drüber laufen und eine ganze menge einfach die hinterseite sieht so aus die biegung wurde hier wieder mit diesen hinges bewerkstelligt ja hier kann man die sehen da wurde das in das gelenk rein geklemmt und dann hier noch mal mit den lift armen fixiert damit das jetzt wirklich fix ist in der position hier ist alles noch weiterhin beweglich da ist mit so einem achs stecker dann befestigt worden und auch da sehen wir da kommt später noch ein bisschen was dran und ganz vorne haben wir jetzt das vorderteil mit einem roten lichtchen dran so auf jeden fall ein riesen teil wenn ich das mal so nehme und einfach mal auf den bisher gebauten falken drauf lege seht ihr das geht bis hier hin das ist fast genauso lang ich versagen vier fünftel von der eigentliche länge des aktuellen sets also wenn ich das noch hier vorne dran baue aber das ding echt noch riesiger als ich dachte naja schauen wir mal jetzt geht es nämlich darum das vorderelement hier zu befestigen mittlerweile sind wir auf seite 145 und bauschritt sechs ist fertig der siebte steht an und ich habe gute und schlechte nachrichten oder zweimal gute einmal es haben keine teile gefehlt und es sind eine ganze menge teile übrig geblieben das waren die beiden guten nachrichten die schlechte nachricht ist mein tisch wird langsam zu klein also schaut mal her jetzt kann man wirklich die ganze größe vom falken erkennen jetzt hier mit den angebauten vorderteilen und die sind echt mega groß das wirkt jetzt ganz ganz anders und das waren eben auch jetzt die bauschritte einmal auf der rechten seite einmal auf der linken seite deswegen brauche ich nicht mehr viel zu erzählen genau das gleiche einmal noch umgekehrt was ich vorhin schon erzählt habe und ja schaut ihn euch an der falke wächst und gedeiht ich bin gespannt bei bauabschritt sieben werden wir dann hier schon die abdeckungen langsam bauen und die platten für die vordere verkleidung wie es aussieht wird auf jeden fall eine schöne sache ich freue mich schon um weiter zu machen und genießt einfach noch mal das bild des falten